Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu der 299. Podcast-Folge. Ich habe gerade nochmal nachgefragt. Jawohl, 299. Wir stehen jetzt kurz vor der 300. Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Das ist doch Wahnsinn, oder? 300 Podcast-Folgen schon. Also da wisst ihr mal, falls ihr uns gerade das erste Mal hier hört, wie lange wir schon da sind. Und vor dem Podcast haben wir schon jahrelang Videos produziert. Also, boah, ich werde immer älter. Wir werden immer größer. Unser Team wird immer besser. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Also an der Stelle erstmal danke an euch. Für diejenigen, die uns schon lange verfolgen, jetzt auch ganz frisch und neu hier sind. Unser Podcast steht für Wissen, Mindset und Strategien. Das bedeutet, wir wollen uns dem Thema Hund widmen. Wir wollen Hunde besser verstehen. Wir wollen die richtige Einstellung zum Thema haben. Und natürlich taktische Sachen lernen, Strategien. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr zu unserer 300. Folge am Sonntag, ja, also den nächsten Sonntag, wenn du das jetzt gerade hörst, der nächste Sonntag, wenn du die Podcast-Folge später hörst, und der Sonntag ist vorbei, dann ist es zu spät, dass du quasi dabei bist bei unserem Live-Podcast auf unserem YouTube-Kanal zum Thema Fremdtonnebegegnung. Das wird richtig, 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 richtig cool. Also, glauben wir jedenfalls, wir lassen uns überraschen. Ja, ihr Lieben, ich bin heute wieder alleine. Heute ist niemand da, kein Gast, der gute Daniel nicht. Wie gesagt, wir haben ultra viel zu tun. Wir sind in Hochtouren auf 2025. In den Vorbereitungen sind schon, ja, im, ich sag jetzt mal, in Hälfte des Jahres schon drin, mit Termin, mit Dog Days und was weiß ich nicht alles. Richtig cool. Macht super, mega Spaß. Ja, was ist bei uns noch so los, um euch da vielleicht mal so ein Stück abzuholen, weil das ja auch immer so ein bisschen spannend ist. Kalte Jahreszeit. Die Hunde sind auf jeden Fall viel energetischer. Ich bin weiterhin konstant im Lauftraining mit meinen Hunden. Die werden jetzt auch immer mehr mit einbezogen. Also, ich habe einen Trainingsplan bekommen, weil ich nächstes Jahr den Marathon laufen will und später Ultraläufe. Und ich möchte meine Hunde damit einbeziehen. Also, sie auch kurz- und langfristig natürlich zu größeren Touren mitnehmen. Natürlich nicht alle Hunde, weil die Boxer sind jetzt nicht ganz so ideal dafür geeignet, mal so 20, 30 Kilometer zu laufen und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt aber selber erstmal einen Trainingsplan, arbeite mich erstmal an das Thema rein, um erstmal zu gucken, okay, wie soll das laufen, dass ich mich auf mich selber konzentrieren kann und dann die Hunde mitnehme. Wir bauen viel für Missionen gesunder Hund. Wer das noch nicht kennt, wir widmen uns jetzt mehr in der Öffentlichkeit auch dem Thema gesunder Hund einfach. Das machen wir auch schon ewig. Wir haben es nur noch nie nach außen erzählt, sondern nur intern. Machen das jetzt aber auch mehr, weil mich da auch so viele Dinge so ultra nerven, weil alle das so komplex machen, alle so besserwisserisch sind, überall sind Experten. Und wir wollen aber immer den Menschen helfen, die jetzt eigentlich jetzt nicht so viel im Thema drin sind, die übertrieben einfach nur links in den Discounter rennen und irgendeinen komischen Nonsens-Futterkram holen oder einfach in irgendeinen typischen Hundeladen reingehen und einfach die tollen Bilder glauben und das kaufen. Solche Menschen wollen wir unterstützen. Wir wollen da keine Religion draus machen. Wir wollen ja nicht mit irgendwelchen selbstkochenden Experten hier Diskussionen führen. Das nervt alles und deswegen gehen wir da auch immer mehr in die Offensive und sagen, es reicht jetzt. Für nächstes Jahr ist auch noch ein großes, geiles Projekt, wo wir selber Serie, aber ich will noch nicht zu viel verraten, weil es ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Ich werde auch noch mal ein Statement im Podcast machen zur TV-Produktion. Genau, also es ist viel los. Folgt uns einfach. Lasst auch gerne mal einen Kommentar da. Schreibt uns eine E-Mail zu unserem Podcast. Macht das Spaß, hier dabei zu sein. Nehmt ihr vor allen Dingen auch was mit. Würde ich mich mal drüber freuen. Wenn ihr bei YouTube seid, kommentiert bei YouTube. Schreibt uns bei Instagram, was auch immer. Jetzt wollen wir uns aber dem Thema widmen, der letzten Serie und zwar das Zonendenken, Verwalten von Zonen, Individualdistanz des Hundes, des Menschen. Und warum spielt das eigentlich eine Rolle, dass man sich darüber unheimlich krass Gedanken machen muss, um Konflikte vielleicht auch zu vermeiden oder besser zu gestalten, besser zu managen. So, was bedeutet das? Zonendenken. So, also jedes Lebewesen hat eine sogenannte Individualdistanz. Versuch jetzt mal dir vorzustellen. Du als Mensch stehst jetzt auf einer Fläche und jetzt guckst du von oben auf diesen Mensch oder auf dich selber so drauf. Und dann stell dir mal einen Kreis vor. Wie groß der jetzt ist, ist bei jedem Lebewesen individuell. Du guckst jetzt von oben auf dich drauf und um dir drumherum ist ein Kreis, den malst du jetzt mal gelb aus. Und das ist deine eigene Individualdistanz. Und die hat dein Hund auch. Was bedeutet jetzt Individualdistanz? Ich habe keine Ahnung, was da für eine... Ich überlege, ob ich mal googeln soll. Ach nee, egal. Da steht sicherlich eine Definition. Ich sage euch meine Definition. Die Individualdistanz ist der eigene Wohlfühlbereich, wo ich sage, okay, bis hierhin und nicht weiter, wenn Fremde jetzt kommen. Okay? Sorry, ich habe immer noch ein bisschen Kratzen im Hals. Das heißt, das ist mein Wohlfühlbereich. Und wenn jetzt andere Lebewesen kommen, Hunde, Katzen, Pferde, Menschen, Kinder, was auch immer, dann wird diese Individualdistanz unterschritten und es kann zu Konflikten kommen oder ich fühle mich wohl dabei, weil ich Nähe, Liebe, Partner und so weiter. Ihr versteht schon. Aber diese Individualdistanz wird unterschritten. Und jetzt kommt es ja darauf an, fühlst du dich wohl damit oder nicht wohl damit. Und das muss man verstehen, weil das hat auch dein Hund. Dein Hund hat genau so eine Individualdistanz und die ist halt komplett individuell. Und die verändert sich auch noch. Die verändert sich auch noch, wenn du daneben stehst, wenn ein anderer Hund daneben steht, wenn du an verschiedenen Orten bist, wenn du zu Hause bist, in deinem Territorium und so weiter. Und jetzt merkt ihr selber schon, wie alleine dieses Verständnis, dieser Verbindung zu erkennen, wie komplex das ist. Also das bedeutet, jetzt hast du einen Welpen vor dir, jetzt hast du einen jungen Hund vor dir, einen alten Hund. Du hast zwei Hunde, eine Gruppe, der Mensch, Kinder, Kinderwagen, Einkaufstüte und so weiter. Also ganz viele Dinge, die sich ja im Alltag verändern können und auch in der Biologie verändern können. Also Welpe, Junghund, Erwachsenen und so weiter. All das beeinflusst die Individualdistanz, auch die Individualdistanz der anderen und vor allen Dingen beeinflusst es dadurch das Verhalten deines Hundes. So, und wenn man das jetzt einfach erst mal ganz kurz sacken lässt und sagt so, okay, alles spielt hier wohl eine Rolle. Yes, genau. Jetzt hast du es verstanden. Alles spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, wie alt dein Hund ist, in welcher Konstellation du gehst, wie seine Individualdistanz ist, was er für Erfahrungen gemacht hat, was er verbindet mit Hunden, ob er territorial ist, ob er Genetik und so weiter. Es spielt alles eine gottverdammte Rolle. Und das alleine zu verstehen im Alltag, ich meine jetzt nicht im Training, wenn ich jetzt irgendetwas übe, das spielt auch eine Rolle im Training natürlich, aber einfach in der Allgemeinheit. Wo liegt dein Hund? Wie bewegt er sich? Wie bewegst du dich? Lässt du dich bewegen? Kannst du ihn bewegen? Hat er die Genetik? Wie alt ist er? Hormone und so weiter. Wow, genau. Und aus diesem Grund arbeiten wir ja schon alleine mit unseren Menschen so lange, weil das sehr schwierig ist, wirklich tiefgreifend zu verstehen und danach auch richtig zu handeln. Warum erzähle ich dir das? Einfach. Wenn du nämlich so viele Dinge ignorierst oder sie gar nicht weißt oder dir das überhaupt nicht bewusst ist, rennst du permanent lächeln in Probleme rein. Und ich möchte ganz einfach, dass wir unsere Hunde besser verstehen und den Alltag anders gestalten, damit sie sich grundsätzlich wohler fühlen oder nicht ständig sich genötigt fühlen, Konflikte austragen zu müssen. Thema Fremdhundebegegnungen, Ressourcenaggression, Ängste, Panik, Jagen, Hüten und was weiß ich, was die Hunde so alles zeigen. Weil es liegt daran, dass die Individualdistanzen, dass gewisse Zonen, gewisse Bereiche, dass das alles schwimmend ist, alles miteinander sich irgendwie vernetzt. Weil das so viele Menschen nicht verstehen, kommt es permanent zu Konflikten. Ganz einfach, Fremdhundebegegnungen, man besteht darauf, zwei Meter aneinander vorbeizugehen. Die Hunde sind nicht auf der abgewandten Seite und so weiter und so fort. Also ständig wird der Hund in eine Situation, in eine Zone reingedrückt, wo er genötigt ist, in irgendeiner Form zu kommunizieren. Menschen gehen zu nah ran, tatschen ihn an, bleiben stehen, vermischen diese Individualdistanzen. Und ich will einfach, ich will, ich will, ich will, ich will, dass Menschen sich dessen so erstmal klar bewusst sind, natürlich gehen gewisse Dinge nicht, natürlich kann man gewisse Dinge nicht vermeiden. Darum geht es auch überhaupt nicht, sondern es geht um dieses glasklare Verständnis. Wenn ich frühs die Augen aufmache, dass ich kapiere, dass meine Hunde über Zonen und Individualdistanzen denken und ihre Welt so wahrnehmen und dadurch Entscheidungen treffen, dadurch Verhalten zeigen. Und jeder von euch spürt das und sieht das. Das sind so Dinge wie ortsbezogenes Lernen. Also was weiß ich, gestern bist du irgendwo lang gegangen, da hat es geknallt. Dein Hund wird genau wissen, dass dieser Zonenbereich sich unangenehm gefühlt hat. Wenn ein Hund nicht ins Auto springt, nicht über gewisse Dinge drüber läuft, das hat was damit zu tun, dass seine Individualdistanzen in diese Zone rein muss. Also in diese Zone, höh, da ist Wasser, höh, da ist eine Treppe, höh, da ist ein glatter Boden. Und alles hat etwas mit Zonen, Individualdistanzen, reingehen, rausgehen, Gefühle, Emotionen, Verbindungen und so weiter zu tun. Und diese glasklare Klarheit braucht man im Kopf, um Verhalten zu ändern. Weil viele trainieren und üben völlig falsch, weil sie das nicht verstehen. Nicht der Trainingsschritt, den machen sie richtig. Also als Beispiel, du machst jetzt, was weiß ich, wie bei uns, die Aufmerksamkeit in verschiedenen Schritten. Das macht absolut Sinn. Die Strategie, die Taktik, nee, anders. Das Handwerk, die Umsetzung, die Strategie, das, was du gerade tust, wie du dich bewegst und wie du das Timing und so machst, ist super. Was du aber im Background nicht verstehst, ist die Individualdistanz, das Verhalten und da, wo du gerade trainierst. Und dann schwimmen die Dinge ineinander und dann fängst du an, frustriert zu sein, es funktioniert nicht, blöde Strategie und so weiter. Nein, deine ganze Taktik ist einfach falsch. Und da könnte ich mich schon wieder so ein bisschen so in Rage reden, weil das eigentlich so simpel ist zu verstehen und wenn man das nämlich einmal kapiert hat, kann man so viele Dinge einfach erst mal lassen, vermeiden, einfach nicht tun, dann im Background ein starkes Training aufbauen, den Alltag neu justieren und sich dann so nach und nach in die Konflikte reingehen. aber es ignorieren so viele, es ignorieren einfach so viele, weil ihnen gar nicht bewusst ist oder weil sie mit Absicht keinen Bock darauf haben, weil sie zu egoistisch sind, dass sie mal Hunde verstehen, dass die halt über Zonen und Individualdistanzen denken. Die haben nun mal keinen Bock, wenn die auf ihrem Hof leben, dass da Fremde reinkommen. Das ist ihre Zone oder ihr Territorium. Die haben nun mal andere Verhaltensweisen, wenn sie zum Beispiel, wenn du drei, vier Hunde hast, da ist ein Rüde dabei, so wie ich und drei Mädels, dann wird der anderes Verhalten zeigen, wenn die Mädels dabei sind. Das ist, wenn die Kinder mit dabei sind. Wenn du einen intakten Rüden hast und du bist Frauchen, dann sind hier andere Hormone. Das ist eine andere Basis, als wenn der Partner mit dem Rüden rausgeht und so weiter. Und das muss man alles mal verstehen, was diese Individualdistanz und diese Zonen, was das alles beeinflusst. Das ist alles. Alles beeinflusst das. Und ich finde einfach, darüber muss man sich Gedanken machen, weil dann können wir unsere Hunde besser verstehen und viele Situationen einfach besser vermeiden, besser managen, besser trainieren, langfristig ruhigeres Verhalten hinkriegen, besseren Gehorsam und so weiter. Und für mich ist das sehr, sehr wichtig, dieses Denken in der Individualdistanz, das Denken in Territorien, das Denken in Zonen. Das ist der absolute Muss, wenn man mit seinem Hund in irgendeiner Form arbeiten will. www.steve-kaio.de Wir helfen dir dabei, das auch in deinem Alltag zu verstehen. Fülle einfach auf der Seite das Kontaktformular aus. Jemand aus meinem Team wird einfach ein kurzes Vorgespräch mit dir führen. Einfach mal kurz zuhören. Okay, was ist da los? Können wir dir helfen? Und so weiter. Und dann kannst du ein ausgiebiges Beratungsgespräch haben, wo wir uns wirklich lange Zeit nehmen und mal ganz genau reinhören. Wir freuen uns auf dich. Ja, bis zur 300. Podcast-Folge. Falls ihr das später hört, dann habt ihr leider die 300. verpasst. Natürlich hört ihr die dann als Aufzeichnung, aber seid nicht live dabei. Also, bis dahin, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Macht's gut und ciao. Ciao.